Willkommen zu meinem Review-Video über das neue Fire HD 10 Tablet 2023. In diesem Video werde ich dir alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für dich sein könnte. Also lass uns gleich loslegen. Das Fire HD 10 Tablet ist speziell für Entspannung optimiert und bietet ein brillantes 10,1 Zoll Full HD Display. Mit einem Octa-Core Prozessor und 3 GB RAM ist es 25% schneller als die Vorgängergeneration und ermöglicht nahtloses Streaming, Lesen und Spielen. Egal ob du deine Lieblingsserien schauen oder Spiele spielen möchtest, dieses Tablet bietet dir ein beeindruckendes HD-Entertainment-Erlebnis. Ein weiterer großer Vorteil dieses Tablet ist die lange Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. Du kannst also stundenlang deine Inhalte genießen, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen. Außerdem bietet das Tablet 32 GB Speicherplatz, der mit einer Micro-SD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Du hast also genug Platz für all deine Filme, Spiele und Dateien. Das Fire HD 10 Tablet ist nicht nur leistungsstark, sondern auch dünn, leicht und robust. Das Design ist leicht und robust zugleich und das Display besteht aus verstärktem Aluminium-Silikatglas. In Falltests hat sich gezeigt, dass das Tablet 2,7 mal robuster ist als das Samsung Galaxy Tab A8, 2022. Du kannst es also bedenkenlos überall hin mitnehmen, ohne dir Sorgen um Beschädigungen machen zu müssen. Ein weiteres Highlight des Tablet ist die 5 MP Frontkamera, mit der du Zoom-Gespräche mit Verwandten und Freunden führen oder Inhalte für Social Media Apps wie Instagram und TikTok erstellen kannst. Außerdem bietet das Tablet den Eingabestift Made for Amazon, separat erhältlich, der mit 4096 Druckempfindlichkeitsstufen eine natürliche handschriftliche Schreiberfahrung bietet. Du kannst ihn zum Schreiben, Zeichnen und vielem mehr nutzen. Das Fire HD 10 Tablet ist auch familienfreundlich. Mit Amazon Kids Plus bietet es eine benutzerfreundliche Kindersicherung. Die Amazon Kids Plus Mitgliedschaft umfasst den Zugriff auf tausende Bücher, beliebte Apps und Spiele, Videos, Songs, Audible-Hörbücher und mehr. So können auch deine Kinder das Tablet sicher nutzen und von den vielen Inhalten profitieren. Ein Punkt, den ich jedoch kritisch betrachten muss, ist das integrierte Werbesystem. Das Tablet zeigt standardmäßig Werbeanzeigen auf dem Startbildschirm an, die nur gegen eine zusätzliche Gebühr entfernt werden können. Dies kann für einige Nutzer störend sein, da sie keine Werbung auf ihrem Tablet haben möchten. Es wäre wünschenswert, wenn Amazon in Zukunft entweder eine werbefreie Nutzung standardmäßig anbieten oder zumindest eine transparentere und kinderfreundlichere Gestaltung der Werbeanhalte ermöglichen würde. Lassen mich dir nun einige Testimonials von zufriedenen Nutzern vorstellen. Max Percampus, ein bereits zufriedener Nutzer des Vorgängermodells, lobt die technischen Spezifikationen und die Benutzerfreundlichkeit des Tablet. Besonders beeindruckt ist er von der Akkulaufzeit. Michael Salzbrenner erwähnt, dass er das Vorgängermodell hatte und das Backup problemlos übernehmen konnte. Ein weiterer Nutzer, Amazon-Kunde, bemängelt, dass das Tablet beim Zuklappen der Hülle nicht in den Sperrzustand versetzt wird. Trotzdem ist er mit dem Tablet insgesamt zufrieden. Fritz lobt die Handlichkeit und Einfachheit des Tablet und empfiehlt es für Reisen und Unterhaltung unterwegs. Alexander Doppernas ist begeistert von der guten Qualität und den Eigenschaften des Tablet zu einem erschwinglichen Preis. Manuela Dümmechen ist ebenfalls zufrieden mit dem Tablet, erwähnt jedoch, dass sie einige Monate brauchte, um sich daran zu gewöhnen. Regina Müller ist mit der pünktlichen Lieferung zufrieden, muss sich jedoch noch mit dem Tablet vertraut machen. Toretz lobt die Größe und die vorinstallierten Funktionen des Tablet. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das neue Fire HD 10 Tablet 2023 eine großartige Investition ist. Es bietet eine beeindruckende Leistung, ein brillantes Display, eine lange Akkulaufzeit und viele nützliche Funktionen. Obwohl das integrierte Werbesystem ein Nachteil sein kann, überwiegen die Vorteile des Tablet. Wenn du nach einem hochwertigen Tablet zu einem erschwinglichen Preis suchst, ist das Fire HD 10 Tablet die richtige Wahl für dich. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um das Fire HD 10 Tablet auf Amazon zu kaufen und unterstütze damit auch meinen Kanal. Ich hoffe, dir hat dieses Review-Video gefallen und du konntest alle Informationen bekommen, die du gesucht hast. Wenn du Fragen hast, hinterlasse sie gerne in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.